die Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft mit dem Kubus und dem kleinen Schnittchen Winke Stinke Oh ja wenn du mir zu nah kommst Aua Hau die mir voll mit dem Stein vor die Momel So warte mal Hast du es anders verdient? Ja hab ich Nein haste nicht Ich bin so ein Hast du noch Platz in deinem Inventar? A little bit A little bit Hier nimm mal bitte die Türen Ja natürlich So Watch me So hier Tür nicht Was machst du mit den ganzen Türen? Das weiß ich auch noch nicht So ich mach jetzt mal eben hier warte flütsch Flütsch du machst flütsch Wir haben noch 4 Mauern hab ich noch Ich hab noch So jetzt nicht 10 10 Mauern Ich weiß nicht wie viel du dafür brauchen wirst Ich weiß es auch nicht Mein Freund Soll ich schon mal mein mein Inventar ähm löschen 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 Ja löscht mal dein Inventar Solange du dich nicht löscht geht das ja Du weißt doch was ich meine Ja mach mal ich komm dir jetzt hinterher Ich muss mal eben noch hier setzen Du alter Stinker Ehrlich Dä 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 Nichts dä 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 So Ich lehre mich Wo lehre ich mich denn? Weiß ich doch nicht Kann mir das mal jemand erzählen? Ja Ich glaub ich hab keine Lust Ähm Bis ins Lager zu laufen Deswegen mach ich das hier oben Ist da Platz? Hast du für mich auch noch Platz? Nein für dich ist hier kein Platz Die Leine Da bist du eigentlich Keine Ahnung Da wo du nicht bist Blöde Kuh Oh Boah Ich hab dich auch geliebt Ah ich hab dich gesehen Ich seh dich auf der Karte Ehrlich Das find ich aber so schön Ja bis hier im Haus Oh ich hab voll gemacht Was hast du alle voll? Nee nicht alle Ach hier ist doch noch jede Menge Platz So So jetzt hab ich nur noch zwei Schüppeln Eine fast kaputte und eine noch Wo bist du denn? Ach da Ich bin weg Ne ich mach jetzt Boah der ist jetzt auch voll Ja dann guck mal in dem unteren ist bestimmt noch ein bisschen Ja ich mach dann alles leer Habe ich auch so Gib mir gleich nur mein Werkzeug hier wieder raus holen Hast du doch noch Klamotten Ich hab noch zwei Schuppen Ja ich hab kein Ich hab noch ein paar Sachen dabei Ist nicht schlimm Ja Dann lass uns mal zurück und dann gehen wir jetzt Ja da haben wir aber nur eine Lohre Ja Müssen wir dann einzeln fahren Ja Du fährst bestimmt wieder vor, ne? Nein, ich lasse dir den Vortritt heute. Das heißt ja auch Ladies First. Ja, James Last. Richtig. So, dann fahr du mal vor und ich warte hier oben. Wie fein das hast du aber nett gemacht mit der Mauer. Allerdings hätte ich gerne, dass du da hinten, bitte, die Fackel versetzt. In der Ecke. Das geht nicht. Warum nicht? Dann stimme meine Abmaße nicht mehr. Ich sage jetzt nichts dazu. Nee, ich sage besser nichts. Nein. So, ich gucke mir das jetzt mal an. Du Spinner, ich sage nichts. Das sieht stark aus. Geil, ne? Wir werden total übel. Ein Falles Glühwürmchen. Cool. Auch steigen. Super. Jetzt muss ich jetzt mal um den Ball auf drum herum laufen. Und einmal zurück. Falsch, Knopf. Einmal Knopf zerstört. So, ich stelle mich hier hin. Die fährt wieder zurück. Warum? Wahrscheinlich, weil wir nicht genug haben. Die kommt immer wieder zurück. Ich werde sie... Ich wollte sie eigentlich aufhalten. Lass, ich komme zu Fuß. Warum kommen die nicht zurück, die blöde Bahn? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Hast du die Bahn jetzt wieder hochgeschickt oder wie? Nein, die will nicht. Das ist eine Arschlochbahn. Hier muss noch eine Schiene hin, du da. So generell hier auf dem Berg. Ja, aber wenn wir drin sitzen, fährt das doch. Ja, vielleicht, weil du wehdrücken kannst oder so. Keine Ahnung. Ich drücke aber nichts. Ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich wese du nicht. Das ist ein Arschloch. Das ist nicht schlimm. Ach, du bist ja schon fast da. Und jetzt im Torrogan. Hier, kannst du das selber mal angucken. Und ausprobieren. Die hängt da ein über dir. Haben wir vielleicht irgendwo was vergessen? Nein, da ist Redstone. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal ausprobieren. Da oben müsste dann noch schnell hinterher. Lauf, lauf. So, bis dahin. Und dann rutscht die wieder zurück. Okay, lass ich stehen. Also müssen wir noch eine zweite Boosterschiene dahin. Friemeln, dann passt das schon. Genau, genau. Wir gehen jetzt ein bisschen Sand sammeln. Sand sammeln. Wo gehen wir denn hin? Jetzt mach nicht gleich hier vorne schon Löcher. Nein, nein. Da hinten habe ich mir gedacht. Lass uns hier, äh... Links. Wo? Da. Den Berg abtragen. In Anführungsstrichen Berg. Verstieße? Budeln wir hier ein paar Löcher rein. Oh, guck mal da. Da ist doch schön. Oder? Wo willst du denn hin? Ach komm, dann hauen wir die ganze Plattform hier weg. Ja. Mit Kaktus. Mit Kacke? Mit Kacke. Okay, mit Kacke. Wir bauen Kacke ab. Ja, das wollte ich schon mal immer. Ja, schon mal immer. Schon immer wollte ich Kacke abbauen. Du bist schon ein bisschen merkwürdig, ne? Ich bin merkwürdig? Ja, so ein bisschen. Ein bisschen pervers vielleicht? Nein, nein, nein. Wäre vielleicht der bessere Ausdruck. Wow, da können wir ja eine Lebensaufgabe rausmachen hier. Das ist geil, oder? Das ist geil, ne? So, ich zähle jetzt erstmal hier hinten weg. Das war nicht so was, das in, ähm, ähm, sag mal schnell, zwischen den Zehen knirscht. Oh. Weißt du, was ich hier bei dem Texturenpaket total genial finde? Ne, was denn? Dass du zwischendurch Muscheln im Sand hast oder hier so Skelett mäßig. Oh, ich hab ein Elefant. Hast du das schon gesehen? Ne. Ne, muss man drauf achten. Ach so, ja doch. Jetzt seh ich's. Das finde ich total cool. Hast du auch schon so ein Skelett gehabt? Ne. Ne? Das ist voll lustig. Irgendwie von einem Ochsen oder keine Ahnung was. Ich glaub, ich bau zu schnell ab, dann sieht man sowas nicht. Ja, musst du von oben gucken. Da ist dann so ein größerer Flatschen. Ja. Guck mal bei mir hier. Oh, cool. Ja. Musst du mal, musst du mal auf die Suche gehen. Oh, ja, hab ich auch hier. Guck mal da. Guck mal bei mir. Sieht stark aus, ne? Guck mal. Flütsch weg. Tod. Ach nee, war ja vorher schon tot. Oh, oh, oh. Nein, ich find das echt total cool. Das gefällt mir sehr gut hier. Ja, das ist sowieso, find ich das richtig cool, das Tick-Shop-back. Das ist richtig cool. Das ist so, so Comic-Style. Das gefällt mir sehr gut. Ich mein, zur Burg hätte es jetzt wirklich nicht gepasst. Deswegen haben wir ja des Öfteren mal irgendwie uns probiert und gewechselt. Und zwischendurch muss man ja auch mal was Neues machen, ne? Richtig, genau. Oh, die Sonne geht, glaub ich, auf, ne? Kann das sein? Das ist durchaus möglich. Bei mir ist sowieso relativ hell. Oh, meine Jube. Relativ hell, weil ich keinen Shader drin habe. Wo bist denn du eigentlich? Irgendwo. Ich find auf jeden Fall nach Hause, von daher. Wir werden uns schon finden. Okay. Soll ich dir einen Tipp geben, was ich mache? Ja. Ich baue Sand ab. Nee. Ja. Ich hab Sandstein hier gefunden. Das ist gut, nimm mit. Ach nee, du hast keine Schippe, ne? Ja, wie dumme Nüsse. Ich hab keine Spitzhacke mitgenommen. Ja, mein ich doch. Ja, mein ich doch. Ich Idiot. Spitzhacke, nicht Schippe. Wo weiß er, was ich meine. Ach, den kannst du gar nicht abbauen. Ach, den muss ich. Doch. Boah, guck mal hier. Das ist doch mal eine geile Aussicht. Guck mal. Das sieht stark aus, ja. Cool. So. Dünen. Ah, ich seh dich. Aus dem Augenwinkel hab ich dich gesehen, wie du am Schuften bist. Hast du mich gesehen? Ja. Ich glaub, ich hol uns gleich eine Spitzhacke. Im Schweiß. Ja, mach doch. Kannst du mit der Lore hochfahren, bringst du eine Boosterschiene und eine Redstone-Fackel mit und friemelst das direkt da dran. Ne, wir haben keine mehr, glaub ich. Doch. Doch? Doch. Musst du mal, wenn du die Treppe runter gehst, auf der linken Seite, wo ich meine Sachen reingetan hab, gucken. Okay. Obwohl, sicher bin ich mir nicht. Ich kann mal pflücken. Ne, kann auch im Lager sein. Ich weiß ja, wo meine. Links von der Tür. Ach so, ja. In der Kiste. Ja, ich guck mal. Ich werd das schon irgendwie finden. Genau. Du machst das schon. Ich vertraue dir. Wir haben hier die Plattform in die Luft gebaut. Was? Wo? Ja, hier. Die eine, die... Ja, weiß ich. Weiß ich. Ich hatte ja eigentlich auch noch überlegt, ob wir da irgendwelche Stützen vielleicht dran friemeln. Guck mal, wenn ich drin sitze, fährt die. Ja, ist bescheuert, oder? Ich hab auch drück auch gar... Boah, ich hab ein Arschloch hier. Entschuldigung. Ja, vor allem du bist ja echt verdammt schwer, Alter. Ja, das dürfte eigentlich gar nicht mehr fahren. Oh, guck mal, ich hab auch ganz die Sante. Oh, guck mal hier. Oh, das sieht aber schön aus. Den will ich haben. So, ich bin schon oben. Das ist gut. So, dann bring ich... Was wolltest du noch haben? Eine Booster-Schiene, irgendwie? Eine Booster-Schiene. Stine? Äh, da. Willst du auch deine Spitzackel? Und eine Redstone-Fackel. Ja. Gib, tu mal her dann. Eine Redstone-Fackel? Ich hab keine Redstone-Fackeln. Doch, mindestens eine brauchen wir aber. Ich hab doch welche da reingetan, oder nicht? Oder... Äh, warte mal. Ach, das war ein Redstone-Fackel. Linke Seite. Warte, ich guck doch gerade. Ja, hier sind aber keine Schien. Ja. Da sind Schienen. Oh, warte. Eine Schiene. Genau. Und eine Redstone-Fackel. Und wo ist dein Dings? Deine Spitzackel? Okay, das ist die, die noch mehr hat. Ja, genau. Das ist meine Frau. Ja, das ist meine Frau. Meine, meine. Alles meine. Ja, so sind wir Weiber eben. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, ja. So, dann komm ich mal wieder zurück. Erzähl ich dir nichts Neues? Nee. Ach, komm, so schlimm bin ich nicht. Nicht immer. Und los geht's. Ja, wieder Achterbahnfahren. Ja, du musst da jetzt nichts zu sagen. Ich versteh das auch so. Ja? Ich weiß das auch so zu deuten. Jawohl. Mach dich vom Acker fliege. So, ich bin wieder unten. Er fällt ja bitte wo immer hier. Das ist gut. So, wo war das jetzt? Wo muss die Schiene hin? Ähm. Ein weiter. Also die ein, zwei, dritte. Aha, warte. Vor und am besten dahinter. Ja, genau dahin. Okay, dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich bezweifle das. Aber. Ach nö, die wird wahrscheinlich da drüber gehen und sich eine andere Stelle aussuchen, wo sie meint, sie muss zurückkommen. Ta, 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 ta. Super. Jetzt ist sie weg. Jetzt muss sie hinterher laufen und sie holen. Na, schafft sie es? Ja, ich weiß es noch nicht. Wir gucken mal. Ich sehe es oben. Ja, ich sehe es oben. Ich sehe es oben. Ich habe sie nicht vorbeifahren sehen. Du? Nee, die siehst du, glaube ich, nicht mehr. Ist auch jetzt egal. Auf jeden Fall. Ey, verpisst die Schlange. Sieht das ganz gut aus. Würde ich mal behaupten. Da, 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 da. Wo bist denn du? Ey, die Hühner legen hier auch so. Ja, die legen hier voll fett. Ja, ja, hier bin ich. Ich komme zu dir und hole mir mal meine Schrappizhacke. Hier ist auch ganz viel. Das ist, warte mal, guck mal. Ja, das ist Sandstein. Ach, von oben. Okay, gib mal her. Ey, gib mir jetzt meine Schippe, Alter. Sonst kriegst du einen. Ey, hör doch mal die Fresse. Alter, selber. Was, hier ist deine Spitzhacke? Ja, gib es mir, gib es mir, gib es mir. Warte. Hier, jetzt mach jetzt. Ja, hier. So, bin weg. Rotzfresser. Ja, ich nehme mich mit, den Sandstein. Ich auch. Jetzt. Boah, super. Wie entsteht Sandstein eigentlich in der Wüste? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Vielleicht, weil der Sand... Stein wird. Ähm, ja, ja. Nein, durch das Gewicht vielleicht, dass der dann komprimiert wird. Boah, hier können wir nicht abbauen, bis der Arzt kommt. Ja, genau. Dann brauchen wir gar nicht so viel Sand, oder? Ja, aber das wird ein Riesenloch werden. Ja, das stimmt. Warte mal. Dä, 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 dä. Also aus vier Stück... Ja. ...aus vier Sandblöcken kriegst du einen... Einen Sandstein. Einen Sandstein. Dschong. Warte, ich produziere mal eben. Mach mal. Oh, da brauchen wir jede Menge Sand. Boah, ich habe ja schon einiges. Ja, so. Ich habe jetzt mal alles umgefrickelt. Dann habe ich... Oh, nicht viel. Nee. Nee, nicht so wirklich. Also doch ein bisschen mit abbauen hier, wach? Ja, ich zimmere jetzt hier noch weiter Sand erstmal weg. Sonst wird das ein Riesenloch. Das wird ja eine Mega-Baustelle hier in der Wüste. Ja, das ist möglich. Ich haue erstmal den Sand weg. Dann müssen wir mal gucken, wie wir uns dann hier wieder rausbuddeln, wach? Ja, ich bin erstmal oben nur am abbauen, weil hier ist ganz viel Sandstein. Also ich bin schon irgendwie etwas tiefer. Ja? Ja, wenn es jetzt regnet, dann muss ich aufpassen. Blub, blub, weg quasi. Da wird das Schildchen eben weggespült. So. Sammel, sammel, sammel. So. Sammel, sammel, sammel. Wie viel hast du denn? Hier, komm mal zu mir. Da ist ganz viel. Da habe ich schon... Ja, Schätze, Leinwand meint, was hier ist. Ja, hast du auch Sand? Ich habe Sand und Sandsteine. Was sagst du jetzt? Ich bin total sprachlos. Das, äh, denke ich mir. So, jetzt haue ich erstmal das Schaf hier von der Hocker. Komm, hau ab hier. Bist du gemein. Wieso bin ich gemein? Das arme Schaf. Boah, ist hier viel Sandstein. Alter Schwede. Ja, krass, ne? Geil. Deswegen habe ich mich ja gefragt, wie entsteht das in der Wüste? Tja, das ist eine gute Frage. Das ist aber wahrscheinlich wirklich so, dass der Druck... Da können wir ja mal in der nächsten Folge drüber philosophieren, wie Sandstein entsteht. Ach so, das heißt, du möchtest jetzt eine Pause ein. Ja, wir machen jetzt eine Pause. Sind wir schon so lange im Sandkasten? Ja, ich habe... Meine Förmchen gehen gleich kaputt. Ja, die Mama hat zum Essen gerufen. Kann dann sein. Miraculis, fertig. Du bist fertig. Ja. Alter. Naja, gut. So sei es. Die Reihe machen wir jetzt hier noch fertig. Boah, ist hier viel Sandstein. Den kann ich ja eigentlich nicht liegen lassen, ne? Nee, ne? Naja. Der ist zu schade, um dass man ihn liegen lässt. Aber der ist immer nur vereinzelt dazwischen. Nee, bei mir ist das... Das ist so ein Klumpen, Meißer. 64, 34 und ganz viel Sand. Alter. Bis ich mein Inventar voll habe, dauert aber noch ein bisschen. Wow. Also hier kann ich auch noch mal ordentlich was wegzimmern. Ich hoffe, dass sich das lohnt. Das tut es. Meinst du? Ja, das kann ich dir jetzt schon mal erzählen. Ich mache hier voll das Muster in den Sand. Ich auch. Hübsch, ne? Das Schaf guckt mich ganz doof an. Wo bist denn du? Ein treu-durres Schaf. Ach, im Loch. Such mich doch. Ich bin im Loch. So. Ich muss mittlerweile schon hier rumklettern, damit ich überhaupt irgendwo drankomme. Okay, hallo? Ich bin fort mit dir. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Er hat wieder Croc-Musik. Ja, ich habe wieder Croc-Musik. Genau. Meine Lieblingsmusik. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. So, also wir haben jetzt hier, glaube ich, schon ganz gut was eingesammelt, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Muss man jetzt mal so... Übelst. Übelst sagen, ne? Übel, das ist ja richtig übel. Äh. Du dober Sand, du machst meine Scharpitzhacke kaputt. Ich finde hier nicht mehr raus. Holt mich hier raus. Doch, ich bin wieder draußen. So, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt ein kleines... Päuschen? ...Kaumchen-Baupause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Minecraft wieder. Bis dahin. Bis dahin. Tschö! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017